Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Komatenkonker Alarmstufe Rot 2 Juri's Rache Produktion abgeschlossen Produktion läuft Neue Bauoptionen Und ja Produktion abgeschlossen Verkaufen 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 machen Ich werde mir so einen Arsch beißen Produktion abgeschlossen Produktion läuft Produktion läuft Na alle Einheiten kostet Und ich dann nachher da stehe mit meinem gewachsenen Hals Und sage Jo, wir fangen dann nochmal von vorne an Oh 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 Schwerkraftanzug gesichert Verfolge Ziel Produktion abgeschlossen Einheit verloren Einheit befördert Wir brauchen Unterstützung Oh 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 Schwerkraftanzug gesichert Einheit befördert Okay, mein zweier Team ist jetzt nicht mehr starten Schwerkraftanzug gesichert Leicht und schnell Schwerkraftanzug gesichert Schwerkraftanzug gesichert Schwerkraftanzug optimiert Druckanzeige normal Wir tauschen mit der 1 Schubdüsen aktiviert Produktion läuft Das ist halt auch nebenbei bauen Und nicht nur umschlopptieren Produktion abgeschlossen Britisches Energieniveau Gebäude verkauft Produktion läuft Gebäude verkauft Das russische Raumfahrt-Ansug Reibstoffmischung optimiert So Produktion abgeschlossen Neue Bauoptionen Produktion läuft Also auf der Karte sieht es ja schon mal richtig cool aus Produktion abgeschlossen Produktion läuft Rot Druckanzeige normal Das gibt es doch nicht Produktion abgeschlossen Einheit verloren Laser auf voller Leichtung Leicht und schnell Okay Produktion läuft Zwei verloren Er soll mich mal mit seinen Robohirn angreifen Die bringen mir mehr Beförderung ein Produktion abgeschlossen Produktion läuft Als alles andere Weil bei den Gatling Da verliere ich halt immer so viel Produktion abgeschlossen Gebäude verkauft Produktion läuft Das russische Raumfahrt-Ansug Gasdüsen aktiviert Produktion abgeschlossen Produktion läuft Neue Bauoptionen Das sieht immer ab und zu aus Als wenn er da schon wieder ankommt Produktion abgeschlossen Produktion läuft Aber sieht wie gesagt auch nur so aus Schwerkraft Anzug Leicht und schnell Produktion abgeschlossen Produktion läuft Ich glaube ich die nahe alle auswählen kann mit einmal Produktion abgeschlossen Produktion läuft Ich glaube wir vielleicht jetzt schon anfangen anzugreifen Ich bin da so ein bisschen skeptisch Produktion abgeschlossen Produktion läuft Ach da kommt wieder ein Produktion abgeschlossen Kritisches Energieniveau Gebäude verkauft Einheit befördert Hört sich auf jeden Fall ganz cool an Wenn er da ankommt Reparatur läuft So ich mach die beiden nochmal ganz Produktion abgeschlossen Neue Bauoptionen Kostet mich weniger Produktion läuft Was anderes macht Ich kriege auch mal ein bisschen Energie dazu Weil ich darf die beiden Gebäude eigentlich nicht verlieren Produktion abgeschlossen Energie halt Produktion läuft Um das Radar zu behalten Produktion abgeschlossen Produktion läuft Okay da kommt er wieder mit Lupa Ja gut Produktion abgeschlossen Produktion läuft Die schon wieder Druckanzeige normal Mal sehen was passiert Was passiert wenn wir mehr nehmen Produktion abgeschlossen Einheit verloren Geht zwar schneller Aber Auch nicht wirklich viel Trotzdem verlebt er immer noch Einheiten Oh Gott Er kommt schon wieder Druckanzeige normal Produktion abgeschlossen So Schubdüsen aktiviert Produktion läuft Produktion abgeschlossen Was ist das Tornista aufgeladen Moment können wir es nicht anders machen Können wir nicht alle einmal auswählen Was ist das Was ist das Was ist das Und so Produktion läuft Wäre das nicht deutlich besser so Bleiben wir auch immer schön in Begrübung Einsatz hier nicht möglich. Produktion läuft. Schwerkraftanzug gesichert. Produktion abgeschlossen. Leicht und schnell. So. Next. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Produktion läuft. Geld rein. Treibstoffmischung optimiert. Schwerkraftanzug gesichert. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Wie das aussieht. Produktion abgeschlossen. Das russische Raum verpasst. Leicht und schnell. Na. Ein Halt befördert. Und eine Basis steht unter Beschuss. Dass ich sagen kann. Produktion läuft. Dass das gut raushält. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Druckanzeige normal. So konnte ich euch nicht einfach auch irgendwie hier einbinden. Produktion abgeschlossen. Äh. 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 Machen wir jetzt einfach mal so hier. Sieht ein bisschen wie wird aus. Ich weiß. Aber mal gucken. Produktion läuft. Da kommen jetzt wieder welche. Produktion abgeschlossen. Wir haben einige Fliege hier zwar rum. Unsere Basis steht unter Beschuss. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Produktion läuft. Ich glaube im Stand seid ihr doch ein bisschen besser. Fahrzeug berichtet. Oh. Bisschen zu viel. Produktion abgeschlossen. Da müssen sie sich ausrichten. Dauert es Ewigkeiten. Schubdüsen aktiviert. Heißt, wir müssen mal... Schubdüsen aktiviert. Gucken, dass wir das jetzt wieder rückgängig machen. Allhäufe fördern. Schwerkraftanzug gesichert. Generalintensität festgelegt. Schwerkraftanzug abgeschlossen. Und schnell. Okay. Produktion läuft. War eine blöde Idee. Druckanzeige normal. Gebe Schub. Schwerkraftanzug gesichert. Schubdüsen aktiviert. Produktion abgeschlossen. Schwerkraftanzug gesichert. Leicht und schnell. Druckanzeige normal. Hornister aufgeladen. Normal. Produktion läuft. War jetzt fast alle wieder? Schwerkraftanzug meldet sich. Leicht und schnell. Druckanzeige normal. Schubdüsen aktiviert. Produktion abgeschlossen. Na? Produktion läuft. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Produktion abgeschlossen. Okay. Druckanzeige normal. Ne, wir haben jetzt eigentlich alles soweit. Das russische Raubfahrtass. Oh. Alles soweit drin. Kosmonaut meldet sich. Kosmonaut meldet sich. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Kosmonaut meldet sich. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Das russische Raubfahrtass. Produktion abgeschlossen. Probieren wir mal aus, ob einer genug zu... Produktion läuft. Kommt wieder ein Hirn. Hirn ist gut. Sie haben also mein kleines Versteck gefunden? Niemand wird sich schreien hören. So weit weg von der Erde. Produktion abgeschlossen. Niemand wird dich schreien hören. Produktion läuft. Äh, wenn wir fertig sind. Gut, wir haben hier oben scheinbar die erste Base. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Und da oben die zweite. Und jetzt sehe ich auch schon, von wo er wieder kommt. Gut. Ich denke, wir haben hier eine Beförderung auf den beiden Panzern. Einheit verloren. Okay. Aber so viel hat er da eigentlich nicht. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. So, schauen wir mal. Schwerkraftanzug gesichert. Vervolge zielt. Einheit verloren. Produktion abgeschlossen. Leicht und schnell. Produktion läuft. Gut. Bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Wir sind eigentlich auch noch bei gut Geld. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Produktion läuft. So, jetzt mal wieder verkaufen. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Schubdüsen aktiviert. Produktion abgeschlossen. So, er kommt schon wieder hin. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Schwerkraftanzug gesichert. Produktion abgeschlossen. Leicht und schnell. Ich werde mal versuchen, eine Basis wenigstens wegzukriegen. Laser auf voller Leistung. Schmeißen wir sie raus. Einheit befördert. Gebe Schub. Schmeißen wir sie raus. Schwierig zu manövrieren. Einheit verloren. Komm, 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 komm. Einheit befördert. Einheit befördert. Jawohl. Schmeißen wir sie raus. Schmeißen wir sie raus. Schmeißen wir sie raus. Einheit befördert. Schmeißen wir sie raus. Komm, komm, komm. Einheit befördert. Erfolge tief. Einheit befördert. Strahle Intensität festgelegt. Wird den hier oben noch? Einheit befördert. Wollen wir sie raus. Einheit befördert. Warum bestehen sie darauf, sich einzumischen? Hornister aufgeladen. Einheit befördert. Schubdüsen aktiviert. Oh, oh, oh. Gebäude verkauft. Produktion neu. Ganz schnell zurück. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Bereit genossen. So, er kommt jetzt da oben wieder an. Okay. Neue Bauoptionen. Produktion neu. Das russische Raubgeberschub. Schubdüsen aktiviert. Produktion abgeschlossen. Produktion neu. So. Einheit befördert. Sehr gut. Holt euch die Beförderung. Produktion abgeschlossen. Produktion neu. Ganz gut. Fahrzeug berichtet. Jetzt gucken wir mal. Position wird geändert. Hol dir mal die Kiste. Vielleicht ist es auch eine Kiste im Fahrzeug oder so. Kritisches Energieniveau. Ah, die heißt. Präparatur läuft. Produktion läuft. Wieder ein bisschen Kacke gebaut. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Komm, komm, komm. Einen noch, bevor wir hier jetzt... Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Kiste einsammeln? Komm, lass da irgendwas Gutes drin sein. Ich hab's ja keine Ahnung, aber irgendwas... Produktion abgeschlossen. Warte auf Ordnung. Passt. Da war Geld drin. Position wird geändert. Produktion läuft. Da war Geld drin. Das passt. Kosmonaut meldet sich. Produktion abgeschlossen. Und wieder zurück. Wunderbar. Produktion läuft. So, da kommt unser Panzer wieder. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Wie gesagt, man sieht hier zwar die Base... Einheit verloren. Okay, da sind gleich zwei. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Produktion abgeschlossen. Du bist schon aktiviert. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Eigentlich ist das schon eine Riesenarmada, aber... Mal gucken. Produktion abgeschlossen. Da kommt jetzt wieder ein Hirn. Produktion läuft. Das russische Raum verpassen. Gleich und schnell. So. Kommt. Das bitte gleich weg. Produktion abgeschlossen. Schade. Keiner hat eine Beförderung bekommen. Produktion läuft. Na, die wollen ja jetzt da durch. Viel Spaß dabei. Einheit befördert. Einheit befördert. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Gut. So muss das. Produktion läuft. Ei, 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 ei. Kommt da jetzt wieder mit ein paar Truppen an. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Aber wir halten uns eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir eigentlich nur in der Truppe etwas brauchen. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Das machen wir ja gerade nicht. Wie gesagt, das ist zwar langsam, aber safe. Wir haben jetzt quasi sozusagen etwas über die Hälfte schon wieder ausgegeben. Finden und vernichten sie hier Juris Basis. Ja, meinst du, was wir hier gerade machen? Produktion abgeschlossen. Wir probieren es. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Schwerkraft? Was ist da? Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Dann machen wir mal wieder ein bisschen so zusammenzimmern und dann dürfte es eigentlich auch hinhauen. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. So, eigentlich könnten wir nochmal probieren. Das russische Raumfahrtass. Produktion abgeschlossen. Kosmonauten meldet sich. Gebe Schub. Lassen und ich sehe schon, ich fangst hier schon wieder raus. Reicht verloren. Leicht zu manövrieren. Leicht und schnell. Ja, jetzt werden wir ein paar verlieren. Treibstoffmischung optimiert. Produktion läuft. Aber. Laser auf voller Leistung. Am Ende sowieso alles vernichten. Laser auf voller Leistung. Produktion abgeschlossen. Das wird schwierig. Einheit verloren. Schwierig zu manövrieren. Laser auf voller Leistung. Einheit verloren. Oh, viel Echer hat's. Laser auf voller Leistung. Einheit verloren. Einheit befördert. Okay, wunderbar. Schmeißen wir sie raus. Einheit verloren. Okay, da ist noch einer. Einheit verloren. Da haben wir noch einen. Drunk an Zugversacht. Einheit verloren. Einheit verloren. Boah, wie viel hast du denn hier? Drunk an Zugversacht. Ekelhaft. Einheit verloren. Einheit verloren. Da war die Pasterform ein bisschen besser. Schmeißen wir sie raus. Einheit befördert. So. Okay. Und hier noch. Verstanden ist schwach. Commander, sie sollten verschwinden, bevor ich wirklich ärgerlich werde. Einheit befördert. Produktion läuft. Klappt da eigentlich ganz gut, aber hier habe ich jetzt kein Geld gekriegt. Ah, Kisse. Produktion abgeschlossen. Berei, Fahrzeug berichtet. Position bestätigt. So, das geben. Produktion läuft. Druckanzeige normal. Ah, dann wollen wir nochmal. Produktion abgeschlossen. So, 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 so. So, so. Und wieder zurück. Falls du es packst, wäre cool. Falls nicht, auch nicht schlecht. Dann haben wir eigentlich schon ein bisschen was verloren. Produktion läuft. Du musst ja jetzt nur noch hier in die Basis. Bitte lass das nochmal Geld sein. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Lass das einfach bitte nochmal Geld sein. Warte auf Order. Position wird geändert. Produktion abgeschlossen. So. Einsatz hier nicht möglich. Produktion läuft. Okay. Einheit verloren. Aha. Da war also schon die nächste Basis. Produktion läuft. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Panzer kommt schon wieder. Da kommt er nochmal mit einem kleinen Angriff. Aber den dürfte ich ja nicht locker halten können. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Ah, passt. Produktion abgeschlossen. Anzeige normal. Schwerkraft. Was ist das? Ja, Schwerkraft. Was ist das? Produktion läuft. Okay, gucken wir mal. Wollen wir halt ein bisschen ausloten. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine kleine Knacktung, dass wir da rüberkommen. Produktion läuft. In unseren Energie klauen. Dass es jetzt nur noch eine große Basis ist oder so. Produktion abgeschlossen. Treibstoffmischung optimiert. Oh, oh, oh. Was macht er denn hier? Treibstoffmischung optimiert. Treibstoffmischung optimiert. Was wird das denn jetzt? Großangriff? Geht ihm das Geld aus, weil er auch keine Runde macht? Produktion läuft. Oder ist er jetzt einfach nur sauer, weil wir ihn jetzt seine Base geklaut haben? Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Weil die Schredder kommen ja hier noch nicht möglicherweise durch hier. Dankeschön. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Ah ja, die kommen aus der Hauptbase. Okay, schade. Ich dachte, die kommen hier raus. Stimmt, da war ja auch keiner drin. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal mit viel Verlusten abfangen. Da kommen drei. Produktion abgeschlossen. Na noch nicht. Treibstoffmischung optimiert. Ich platte ihn erstmal rüber und jetzt drauf da. Einheit verloren. Einheit befördert. Okay. Leicht und schnell. Und wieder zurück. Produktion läuft. So. Gebäude verkauft. Wieder neun neue. Gebäude verkauft. Das russische Raub hat aufgeladen. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Gut. Produktion läuft. Druckanzeige normal. Schubdüsen aktiviert. Wie gesagt, wir müssen halt irgendwie nur eine Möglichkeit finden, wo am wenigsten Verzweiligung ist. Schubdüsen aktiviert. Schubdüsen aktiviert. Von wo ich auch nichts rüberrennen könnte. Die halten halt nichts aus, ne? Produktion läuft. Okay. Hm. Da hat er zwei. Produktion abgeschlossen. Und hier oben vielleicht die Energie dafür das Ganze hat. Weil wenn seine... Produktion läuft. ...türme keine Energie mehr haben, dann sind sie so useless, dass es ihnen überhaupt nichts mehr bringt. Produktion abgeschlossen. Aber wir sind jetzt schon so gut wie fast durch. Wir könnten es vielleicht schon schaffen. Aber wenn ich... Ich müsste wirklich alles in den Kampf schicken. Produktion läuft. Also wirklich alles. Bedeutet... Äh... Wir hätten dann ein Problem, wenn wir alles verlieren. Weil wenn ich dann Gegner greife, habe ich keine Truppen, um mich zu verteidigen. So im Ganzen. Wie gesagt, diese... Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Hier. Kein Problem. Wenn er hier dann mal so fünf Trupper schickt, ja Gott, dann soll er die doch schicken. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Na? Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Das ist nur nochmal verkaufen. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Okay, dann ist er gefördert. Einhalt befördert. Wunderbar. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. So. Aber wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal nochmal einen kleinen Cut. Ich werde dann nochmal speichern und dann werden wir gleich nicht ganz all in gehen. Ich werde dann halt auch nochmal ein bisschen nachproduzieren. Mal gucken, ob wir es vielleicht schon schaffen können. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Also schaltet wieder ein und bis denn. Ich runter bis jetzt. Ausatürungen. $咚. Notch. So. transportation.